Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Planet Sides wo ja mönz ist wieder in der operation machtrausch am start und ja ok er klettert bei der gländer schon zwei rein go go wir versuchen es aufzumachen in richtung ellie verstärker station und zwar hier außenrum ist an für sich gar nicht so weich vielleicht schaffen wir das auf esermir ist ja normalerweise nicht all zu viel los deswegen schauen wir mal platoon abend ähm zack soll ich auch noch hier ein schiff holen ne ich glaube ich fliege da einfach so hin ist weit weit weg far away leute hepp platoon sie wäre auch nicht schlecht wird mir gerade auf hepp da guck mal runter so dann mal auf anderthalb stunde zeit mal gucken ob wir so lange aushalten die aufnahme hergibt ich bin alleine unterwegs erstmal hoffentlich sponnt noch hier noch keiner wer direkt einsatz ich bin ja gleich da hier habe schon gesehen der sannie freut mich sehr der sannie ist wieder da guter mann hat mich bestimmt beim letzten mal 20 mal aufgehoben unglaublich exzellent so schau mal was ist denn hier sehen noch nickes nicht so viel hier und schießen die denn sehen nicht wirklich was ein paar lichterchen da unten aber es ist echt nicht viel zu sehen man würde drumherum und uns von uns da steht einer das auch eine von uns die gott so lange habe ich nicht beschossen hm so ich würde sagen dann lande ich einfach schlicht die dinge ab komm mir dort sagt landung weg mit der schüssel braucht doch kein mensch direkt hier so ein ding ab so jetzt kann es losgehen schießt da wer na der hat aber viel vertragen ich habe ihn gesehen hat geschlafen ohne enden dann hat mich trotzdem noch gekriegt schade torudina ist da da unten steht schon zander einsatzbereit sehr gut leute sehr schön sehr schön ich nehme den spy erst mal wunderschöne runter zu kommen wunderbar auf geht's da sind wir roms direkt im eingang gelandet ja ja ganz ruhig stecken na 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 lass das ich will erst mal nur durch aber aber lass das ich hasse das wo ist er denn sehen gar nicht den feindlichen da ist man nicht andere gucken gehen schraubt einer dran rum ne ne hat den finger weg von dem ding sehr gut exzellent klappt ganz gut oh ich muss mal ein bisschen im abstand vom mikro wahren ich muss sich immer noch an ein neuer mikro gewöhnen wie gefällt euch das überhaupt vom sound her müsste viel klarer viel deutlicher sein und meine stimme ist mal äh quasi echt aber ist halt ähm ich muss sich erst mal gewöhnen da ist er doch mann und nö ja man darf nicht so viel ha danke nein nein ich bin dir sehr dankbar da an der ecke steht die sau komm her weg ich weiß ich bin die schüssel nicht gerannt weil ich selber schuld danke ich stehe in deiner schuld Achtung bis auf sehr gut haben wir das ding direkt noch mit eingenommen ja dann nehmen wir hier einen handstreicht da ist er komm hier eine granate zack will keiner so lass doch mal das ist mir ja relativ relativ banane ne zack ne ne da will ich nicht ich wollte nicht nein 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 da komme ich schon wieder so nah an das scheiß Mikro ha 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 das ist ja erstmal gewöhnt ooooh Amazon gibt Gas wo ist mein Popschutz das damit meine ich kein Kondom Leute kein ne ne sondern das Ding heißt so was vor so ein Mikro kommt jetzt lass ich was durch schwerer Panzer damit man da nicht die ganze Zeit so dagegen pustet und so das ist ja rein da und was man schon knacken hat es gehabt hochmann down frechheit an deinem blauen strampelanzug Mann mann sieht aus wie eine gymnastikhose ziehe ich mal aber anständlich an So. Ah. Ich merke schon. Ich bleibe liegen. Ha. Danke. Da fängt es wieder an. Aua. Mikroi schießen. Weg, 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 weg. Ah, Mann. Da hielt ich an den blöden Baum. Ne? Hier. So. Holt sich wieder heilen. Bist draufgegangen. Ja, sorry. Tut mir echt. Tut mir wirklich leid. Ist kein dummes Gelaber. Na, da nützt ja alle nix. Da muss ich ja wohl mal mit einem Panzer. Ich will nicht kommen. Ein paar... Da muss die Punkte wieder weg. Das ist nicht sehr nett. Generator stabilisiert. Oh. Apropos. Fui. Nachgucken. Mit Sicherheit wieder hier. Ah. Leute, Leute, Leute. Wolverine Platz. Zack. Zack. Steve bleibt hier. Zack. Ein bisschen verschieben. Ein bisschen Platz machen, Mann. Hepp. Und hepp. So, jetzt. Jetzt bin ich da. Jetzt halten wir natürlich übelst schon mal da. Generator stabilisiert. Da war einer. Geflogen. Was ist denn das? Oh. Mann. Diese fetten Arschgeigen. Die gehen mir auf die Nüsse. Ehrlich. Das kannst du bestellen. Nach Halsmaul. Zeig sie Ihnen. Immer dein blödes Gequatsche. Mag doch keiner hören. Den würde ich ja so gerne ausblenden. Dann kannst du Männer. Zeig ihn. Ja, würde ich ja gerne. Aber manchmal klappt es halt nicht. Deine Anstrengungen sind mangelhaft. Irgendwann sehe ich dich. Du kriegst einen Kinnhaken. Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erhobert. Ich habe dich genau gesehen. Ey, der schießt mich mit zwei Schüssen um. Ja, Moment, Moment, Moment. Das geht ja nun mal gar nicht. Darauf haben wir jetzt nämlich gar keine Lust. Gib mir ja jetzt Herzübersicht. Wo ist die scheiß Max Einheit? Fähigkeitenplatz. Was soll ich denn da machen? Wo war denn das hier? Flakpanzerung. Dann ist es aber nur gegen... Ah ja, okay. Kaufe Scheiß drauf. Zack. So, noch ein. Und noch ein. So. Zack. So, gehen wir da hin. Guten Tag. Max Einheit. Bitte. Ich hätte gerne meine Panzerung auch mitgenommen. Ja. Und zwar, der Komet war... Plasma-Kugel. Hm. Reicht. So. Wollen wir nochmal sehen. Guck mal, ich bin da oben marschiert. Oh. Ne, gut. Nicht mal gespannt. Tab Ohne Schade, schade. Okay, war ein bisschen weit vorne. Hätte ich mal ein bisschen cleverer machen sollen. Darüber werden wir nicht reinkommen. Gibt es denn hier kein Dingsbums?